Die wohl beliebtesten grafischen Oberflächen in der Linux-Welt sind natürlich die Desktop-Umgebungen, wie zum Beispiel KDE Plasma, Gnome oder auch XFCE. Doch es gibt noch eine ganz andere Welt an grafischen Oberflächen. Unter anderem gibt es einen Fenstermanager namens Openbox. Und diesen Fenstermanager, den schauen wir uns heute an, und zwar in einem sehr, sehr stabilen und sehr, sehr wunderhübschen System, wie man hier schon sehen kann, namens Bunsen Labs. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS und heute installieren wir mal Bunsen Labs. Bunsen Labs ist ein Debian-Derivat und basiert auf Debian 10, wenn ich das hier richtig sehe. Hier auf Debian 10. Und ja, Bunsen Labs ist quasi der Nachfolger von CrunchBank Linux, welcher bereits schon 2015 eingestellt wurde, dieses Projekt. Und die Community hat sich dann das ganze Projekt genommen, quasi geforkt und weiterentwickelt und das heißt jetzt Bunsen Labs. Die letzte Aktualisierung für Bunsen Labs ist August 2020. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, weil es ist jetzt schon fast zwei Jahre. Ich denke mal, das ist auch gar nicht so schlimm, da das gesamte Basissystem ja tatsächlich ausschließlich Debian ist. Ich weiß jetzt nur nicht, ob und wann die Entwickler von Bunsen Labs das Ganze auf Debian 11 mal upgraden. So, hier auf der Seite bunsenlabs.org kann man sich dann ein paar Screenshots anschauen oder man geht dann eben hier auf Installation und dann wird man zu den Download-Links weitergeleitet und da gibt es tatsächlich noch eine 32-Bit ISO oder eben auch 64-Bit. Das nehmen wir jetzt und hier empfehle ich immer den Torrent auszuwählen, weil so werden die Spiegelserver ein bisschen entlastet. So, mehr steht jetzt hier eigentlich als für die Installation gar nicht so zur Verfügung. Auch so eine richtige Anleitung gibt es jetzt nicht. Hier gibt es noch eine Anleitung, wie man das Ganze verifizieren kann. So, gucken wir mal, ob wir das alles hinkriegen und was wir da hier wirklich auch alles machen müssen. So, ich habe mir das Ganze jetzt heruntergeladen. Achso, ich noch mal ganz fix einen Blick auf die GitHub-Seite. Hier sehen wir dann noch ein paar bunsen eigene Sachen. Was mir gleich auffällt, ist, dass halt nur drei Entwickler insgesamt hier angemeldet sind. Das wäre einmal Jente aus Schweden, ein John Crawley und Johann Malm. Und ja, wie es immer mal so ist, wenn da nur so wenige an einem Projekt arbeiten, dann bleibt das Ganze dann auch recht schnell stehen. Und hier sehen wir auch, hier sind überall diese grünen Linien. Normalerweise müssten das Ausschläge sein, wann daran gearbeitet wird. Und hier wurde halt lange nicht mehr an diesen eigenen Sachen gearbeitet. Wenn ich jetzt hier mal schaue, die Keyrings zum Beispiel. Da vier Monate ist es jetzt her. Gut, das geht. Es geht noch die Konfiguration. Ja, zwei Jahre, 17 Monate ist hier. Auch dann hier zwei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre. Gut, müssen wir mal schauen. Einmal hier rüber gewechselt, auf das Plus weiter. Und dann wählen wir die ISO einfach mal aus. Die habe ich nämlich hier schon runtergeladen. Und zwar ist das das hier, Lithium-3. Einmal auswählen. Nichts erkannt, aber wir wissen ja, dass es ein Debian 10 ist. Einmal weiter. So, hier werden schon ein paar Sachen vorgeschlagen. Zwei Gigabyte werden empfohlen. Minimum als RAM-Speicher. Dann nehme ich einfach, ja, vier Gigabyte. Denke ich mal, reicht aus. CPUs nehme ich wie immer meine 6. Und Speicherplatz sagt er auch mindestens 20 Gigabyte. Und ich nehme dann jetzt einfach 30. Und weiter. So, dann haben wir hier Bunsen Labs. So, Konfiguration bearbeiten. Netzwerk und weiter. Wir machen eine UEFI-Maschine wieder draus. Und dann einmal, ja, machen wir hier alles aktivieren. Einmal Apply. So, dann haben wir Videotreiber. Da wechsle ich immer gerne auf Word.io, weil das einfach viel stabiler funktioniert bei so ziemlich allen Betriebssystemen. Ich nehme da ungern den QXL-Treiber. Aber das probierst du einfach aus. Ja, und der Rest kann ja so bleiben. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir das Ganze hier installiert kriegen. So, hier haben wir dann das Grub-Menü. Sehr schön gestaltet. Mit dem Bunsen Labs-Logo. Und ja, da gibt es dann direkt, man kann hier direkt den Installer starten. Oder man geht in das Live-System rein. Wir gehen jetzt mal in das Live-System rein. Mal schauen, ob da der Installer auch zur Verfügung steht. So, damit ist das Ganze jetzt hier gestartet. Wir sind hier auf einer sehr schönen Open-Box-Oberfläche. Und uns wird hier ein Welcome-Screen angezeigt, wo hier nochmal ganz kurz erklärt ist, wo hier was ist. Hier ist es ein Live-Operating-System. Okay. So, hier wird uns dann noch erklärt, wie wir dann das Tastatur-Layout ändern können. Und wo wir entsprechend die Layouts auch finden, falls wir das nicht wissen. Und im Menü, wenn ich hier rechtsklick, einfach auf den Bildschirm mache, habe ich dann das Hauptmenü. Das wird mir hier kurz erklärt. Mein Benutzername ist User. Dieses Passwort ist Live. Ich habe Sudo-Permissions. Und hier steht es auch nochmal, um Bunsenlabs zu installieren oder installieren zu können, muss ich neu starten und dann Install auswählen aus dem Boot-Medien anstelle von Live. Gut, ja, dann würde ich sagen, war schon mal ein netter Besuch hier in der Live-Umgebung. Dann fahren wir das Ganze nochmal runter. Ah ja, haben wir schon. Und starten das Ganze neu. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann einmal Start-Installer. So, und hier haben wir dann den Debian-Installer. Und dann wählen wir doch mal Deutsch aus in Deutschland. Und das Tastatur-Layout ist Deutsch. So, nachdem schon ein paar automatische Hardware-Erkennungen und Netzwerkeinrichtungen passiert sind, wird man dann nach dem Rechner-Namen gefragt. Das ist dann quasi der Hostname und dann nehmen wir Unsinnbox. So, Domain-Name brauchen wir nicht. Das lassen wir leer. Und jetzt der vollständige Name des neuen Benutzers. Das ist so ein Typ im Internet. Dann der Benutzername ist Typ. Und hier wählen wir ein Passwort, ein schweres und sicheres Passwort für den Benutzer. Typ. Jetzt kommen wir zur Erstellung der Partitionen. Dann wählen wir hier aus, geführt, vollständige Festplatte verwenden. Hier gibt es noch die Möglichkeit mit, ja, Logical Volumes oder auch mit verschlüsselten Logical Volumes. Du kannst mal hier oben auf das i klicken. Dort habe ich bei dem richtigen Debian, bei einer richtigen Debian-Installation, im Prinzip das Ganze als Logical Volumes eingerichtet. Und da kannst du es dir mal anschauen. Das ist ziemlich spaßig. Gut, geführt, jawohl, das ist unsere Festplatte. Und ich möchte jetzt keine separate Home-Partition oder Temp-Partition und so weiter da. Deswegen lasse ich einfach alle Dateien auf einer Partition. Und das Ganze sehen wir dann hier, wird dann als ext4 formatiert. Und dann würde ich sagen, Partitionierung beenden und Änderung übernehmen. Soll das Ganze so gemacht werden. Einmal auf Ja und weiter. Und dann wird das gesamte System jetzt installiert. Das kann einen kleinen Moment dauern. Deswegen einfach mal abwarten. So, die Installation ist abgeschlossen und es ist Zeit, ihr neues System zu starten. Dann machen wir das Ganze mal. Und hier sind wir dann im wunderschönen Grub-Boot-Menü. Und dann gehen wir einfach auf Bunsenlabs Gnulino. Und hier sind wir dann auch schon im Login-Bildschirm. Ich nehme mal an, das ist LightDM. So, hier wird mir dann mein Name angezeigt. Sehr gut. Und dann loggen wir uns mal ein. Und ja, jetzt hat das Panel sich hier unten geladen. Hier Konki ist wieder aufgeploppt. Im Prinzip so wie bei der Live-Umgebung. Und wir haben hier wieder einen Welcome-Bildschirm. Hi, welcome to Bunsenlabs. So, das hier ist ein optionales Post-Installations-Skript. Hier kann man dann einfach nochmal ein paar Sachen einstellen lassen oder vervollständigen. Und das klingt interessant. Das machen wir doch mal. So, if you do not want to run this script, you can run it later by entering the command bl-welcome. So, hit enter to continue. Okay, machen wir mal. So, wir gehen davon aus, dass der, okay, das ist die Sudo-Meldung. Jawohl. So, hier auf dieser Seite wird mir einfach mitgeteilt, dass ich ein Stück weit selber auch mit, ja, mit großer Freiheit, kommt natürlich auch großes Risiko, fremde Repositories mit einzubinden in die eigenen PPAs, kann durchaus riskant sein. Und ich soll eingeben, I understand. Dann machen wir das mal. So, hier werden jetzt Updates durchgeführt. Dann, ja, machen wir. Einmal Update. So, hier sehen wir dann auch schon die Repositories. Da waren, wenn ich jetzt nochmal ein Stückchen hochscrolle. So, hier sehen wir nämlich das Bunsenlab eigene Repository und halt auch Debian Buster. Das ganz normale Debian Buster Stable, also das Stable Release von Debian Buster. Und dann werden wir das Ganze mal durchführen. Die Updates einmal mit Y und dann heißt es abwarten, bis die Aktualisierung durch ist. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Bunsen Image Archive herunterzuladen, zum Beispiel um die Hintergrundbilder auch aus den Vorgängerversionen Hydrogen und Helium herunterzuladen. Und dann, klar, immer her damit, nehmen wir. So sollen die Backports von, die Backport Repositories aktiviert werden von Debian. Das brauchen wir jetzt nicht. Und möchtest du die Bunsenlab Backports aktiviert haben, dann brauchen wir die jetzt auch nicht. So, was haben wir jetzt hier noch? Es gibt das spezielle BunsenMeta Bluetooth Package. Und ich nehme mal an, das ist ein speziell aufgearbeitetes Bluetooth Modul, damit es besser auch auf älteren Geräten läuft. Und brauchen wir jetzt nicht. Ich habe eh keinen Bluetooth hier in meiner virtuellen Maschine drin. Möchte ich den Java Support haben? Ja, von mir aus nehmen wir jetzt Java einfach mal mit dazu. Vielleicht ist es ja noch wichtig. So, möchtest du Dropbox installieren? Nein, Dropbox möchte ich nicht. Und was haben wir hier noch? So, es gibt quasi noch vier weitere Bildschirme, die jetzt gleich kommen könnten, wo ich die Möglichkeit habe, noch Packages auszuwählen. Das kann ich jetzt aber auch beenden oder ich kann sie mir ansehen und ich sage, ne, ich will schon haben. Ich möchte die Option mal sehen. Ich möchte mal schauen, was hier noch alles angeboten wird. So, wir haben BunsenMeta VCS Version Control Tools. Da ist wahrscheinlich auch Git und so weiter mit drin. Nö, brauche ich jetzt nicht, aber interessant, dass das angeboten wird. So, hier habe ich die Möglichkeit, das Lamp Stack zu installieren, also ein Apache Web Server mit MySQL, PHP und so weiter. Okay, nö, will ich jetzt auch nicht, aber schön, dass wir es mal gesehen haben. So, dann gibt es hier noch die Debian Packaging Tools für das eigenständige Kreieren und Erstellen von Depp-Paketen. Interessant, brauche ich auch nicht. Und was haben wir sonst noch? So, und jetzt, ah ja, wir sind quasi am Ende und er sagt mir, diese beiden Pakete, also Images Archives und Meta Java, wird jetzt installiert. Und ich sage, ja. Und ja. So, damit ist die Installation zu Ende. Hier werden mir noch ein paar Links angezeigt. Das ist ein Link zum Forum von BunsenLabs. Und hier steht auch noch mal, wie ich dieses Startmenü, dieses Welcome-Menü noch mal starten kann. Gut, dann einmal Hit a Key zum Beenden. So, das haben wir jetzt gemacht. Und ja, hier oben sehen wir schon mal bei der RAM-Anzeige, wir sind hier bei 432 MB RAM-Verbrauch jetzt, obwohl wir jetzt auch schon ein bisschen was gemacht haben. Und da zeichnet sich schon auch ab, für welche Zielgruppe im Prinzip dieses System ist. Und zwar für Leute mit sehr schwachem Rechner, die aber ein sehr, sehr schönes, sehr konfigurables Betriebssystem haben möchten. So, wir schauen mal, ob wir hier die Display-Auflösung mal einstellen können. Einstellungen. Einstellungen. Und da gibt es hier A, R und R. Oder auch A-Render. So, wollen wir mal schauen. Ich habe virtuell 1. Gut, das ist das Einzige. So, Auflösung. Und ich mache 19, 20 mal 10, 80 und sage, ja, bitte einstellen. So, jetzt habe ich hier Vollbild. Allerdings, da es sich bei Openbox, was ja im Prinzip diese Oberfläche ist, handelt es sich ja quasi um einen Window-Manager und nicht um eine Desktop-Umgebung. Und bei Window-Manager muss man die Display-Auflösung quasi in das Start-Grip mit reinschreiben, da das Ganze sonst nicht funktioniert. So, ich kenne mich mit Openbox überhaupt nicht aus. Das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, wo wir die Auflösung jetzt quasi hinspeichern können. So, dazu öffne ich mir mit SuperF einen Datei-Manager. Das ist Tuna. Sehr gut. So, dann einmal mit STRG-H alle auch versteckten Dateien anzeigen, sodass wir hier in die Configs reinkommen. Und da gibt es hier den Ordner Openbox. Und Autostart. Dieses will ich haben. Was haben wir hier? Bunsenlab Text Editor. Nehmen wir mal. Mal sehen, was das für ein toller Text. Ach, das ist ganz normal. Genie. Genie als Text Editor nennt sich Bunsenlabs Text Editor. Auch nicht schlecht. So, wenn Bunsenlab is launched, dann wird diese Datei ignoriert. So, Bunsenlab now uses config Bunsen Autostart. Okay. Ja, dann machen wir das. Dann schließen wir das wieder und gehen nach oben. Bunsen und Autostart. Hier haben wir dann auch nochmal dieses Welcome und BS Setup und so weiter. Gut, also Autostart. So, dann einmal hier. Ich gucke mal, ob wir das ein bisschen größer machen, dass du das auch sehen kannst. So, dann wollen wir mal schauen. Setting Start. Da haben wir hier einmal die Bind Keys und so weiter. Okay. Turn Off System Beep. Dann haben wir die Touchpad-Einstellungen, falls man eine Touchpad hat. Gnome Policy Kit. Hier haben wir dann die ganzen, ja, Window Manager-Einstellungen wie Konki, Hintergrundbild, Panels und so weiter. Da sehen wir auch Nitrogen ist hier schon hinterlegt für das Setzen der Wallpaper. So mehr ist aber im Prinzip gar nicht drin. Und ich würde nämlich sagen, wir setzen quasi den Autostart der Auflösung ziemlich weit oben irgendwo hin. Und da machen wir zuerst mal diese Einstellung, diese Auflösungseinstellung speichern wir jetzt erstmal ab. Das können wir hier zum Beispiel machen unter Typ Screen. Das wird dann automatisch in einem versteckten Ort namens .screenlayout angezeigt oder eingespeichert. Und das speichere ich ab unter den Namen display.sh. So. Das ist also eine Bash-Datei oder ein Shell-Skript. Und dann gehe ich hier auch rein, Rechtsklick, Eigenschaften und dann mache ich das Ganze ausführbar. Und tatsächlich ist hier der Haken dann schon drin. Das hat er quasi automatisch schon erkannt, dass das ausführbar sein soll. Das ist sehr, sehr gut. So. Jetzt müssen wir uns nur den Ort merken, wo es ist. Und öffne hier wieder das Genie. Und gehe jetzt gleich bei Setting Start am besten hier oben gleich hin. Also nachdem der Window-Manager gestartet ist, soll dann die Auflösung gesetzt werden. Und dann machen wir das. Hier machen wir auch wieder einen Kommentar. Können wir auf Deutsch schreiben. Auflösung auf Full HD setzen. Und jetzt muss diese Datei einfach gestartet werden. Und das machen wir ganz einfach, indem wir diese Datei im Prinzip aufrufen. Und ich nehme jetzt einfach den Pollen-Pfad, also den kompletten Pfad. Das wäre dann Home-Typ.ScreenLayout. Und dann Display.sh. Da haben wir es ja eben hingespeichert. Und danach mache ich ein Und-Symbol, ein kaufmechanisches Und-Symbol. Das bedeutet also, dass der dann das Skript, wenn er das jetzt hier ausgeführt hat, soll er dann jetzt nicht das Skript dann beenden, sondern er soll dieses Konfigurations-Skript natürlich ganz normal weiter ausführen mit den nächsten Befehlen. Damit kann ich quasi die Ausführung dieses Skripts in den Hintergrund setzen, als Hintergrundprozess übergeben. Das kann man mit diesem Und-Symbol oder mit diesem kaufmännischen Und-Zeichen quasi sagen. So, dann speichern wir das mal ab. Und da ich ja ein neugieriger Mensch bin, würde ich vorschlagen, wir probieren das einfach mal aus und starten die Maschine mal neu. Einmal Reboot. Und voilà, angemeldet, eingeloggt und jetzt ist alles in Full HD und jetzt ist auch das Hintergrundbild gestreckt. Das ist beim, wenn man die Auflösung ändert, dann muss man sie mal nochmal aus und nochmal einloggen, damit sich dann auch hier das Hintergrundbild dann von in der richtigen Größe angezeigt wird. Und jetzt ist Konki auch hier oben. So, der hat jetzt diese Auflösung quasi automatisch übernommen, aber eben nur, weil ich es in diese Autostart-Datei reingeschrieben habe. Das musst du quasi bei jedem, soweit ich weiß, bei so ziemlich jedem Fenstermanager, wenn du einen Window-Manager benutzt, wie zum Beispiel Awesome Window-Manager, BSPWM, i3 und so weiter, musst du die Auflösung, das Auflösungsskript von XRender, musst du dann entsprechend hier in die Konfiguration schreiben, damit das immer wieder neu ausgeführt wird. Gut, so, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier Schönes noch haben. Das, was natürlich auffällt, ist das wunderschöne Design, auch mit dem Hintergrundbild. Das passt ja auch farblich alles wunderbar zusammen, kann man nicht anders sagen. Also, der ganze Text hier ist so, ja, ein Stück weit auf Englisch, ein bisschen Deutsch habe ich schon gesehen, aber ich nehme mal an, das wird einfach nicht alles übersetzt worden sein. Das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Ich möchte jetzt einfach mal schauen nach den Hintergrundbildern, weil wir ja auch welche runtergeladen haben. Und das Ganze, wir haben ja eben schon festgestellt, das Ganze wird von Nitrogen gesteuert. Und dann machen wir das, Nitrogen, genau, und da haben wir es auch schon, Wallpaper. Klicken wir einmal drauf und hier haben wir Nitrogen. Sehr gut. Und dann haben wir hier schon mal so unsere Bilder, die wir so haben. So, was haben wir denn? Ich nehme mal an, das werden diese Standardbilder sein, die für Lithium automatisch mit drauf sind. Hier sind natürlich noch viele andere wunderschöne Hintergrundbilder, wie zum Beispiel das hier. Das ist halt auch sehr, sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Aber auch sehr viel neutrale, beruhigende Bilder, wie zum Beispiel halt dieses Grau mit diesen leichten Kriseln drin. Es ist wirklich wunderschön. Was haben wir sonst noch? Da haben wir hier noch Fieber. Sehr schön, sehr grafisch, sehr unaufgeregt. Und das ist halt immer sehr, sehr gut bei unaufgeregten Bildern. Das beruhigt. Man kann sich viel besser konzentrieren. Und zwar fügen wir jetzt mal noch die Hintergrundbilder aus dem Archiv zu. Die hatten wir ja heruntergeladen. So, hier ist unser Pictures Wallpaper ist hier quasi schon mit drin. So, ich gehe hier auf File System und dann auf User Share und dann auf EV Images. Da haben wir es, da haben wir es, Images. Dann Bunsen. So, hier haben wir die Wallpaper. Das sind unsere Wallpaper, unsere Default Wallpaper. Und wir gehen auf Archiv. Und dann habe ich hier Helium Wallpapers. Das füge ich hinzu. Ja, dann einmal hier. Share Helium Wall. Und dann Add. Und dann gehe ich noch auf User, Share, HGI, Images, Bunsen, Archive, Hydrogen, Wallpapers und Select. Okay. So, jetzt hat er alles nochmal neu eingelesen und neu geladen. Viele Bilder werden höchstwahrscheinlich doppelt sein. Das sieht man hier mit BL Beam Plane. Das sind dann halt die Bilder, die auch in der Vergangenheit bereits in den vorherigen Versionen mit drin waren. Oder hier Flame Text. Da gibt es dann zum Beispiel dieses hier, Flame Text. Das ist halt sehr, sehr unaufgeregt, sehr, sehr schön beruhigend. Hier haben wir das Ganze noch in Schwarz-Weiß. So, in Grau. So, also es scheinen gar nicht all so viele neue Bilder zu sein. Vieles ist einfach, ja, quasi gleich. Und es ist auch in Ordnung. Und so kann man dann hier seine Hintergrundbilder einfach hinzufügen. So, wir nehmen hier wieder Halt, Cancel. Und dann nehmen wir wieder das hier. Das ist sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Ach, das gab es ja mehr in diesem bläulicheren Ton. So, jetzt. Genau. So, das soviel zu dem Hintergrundbildern. Und jetzt gucken wir mal, was hier alles so schönes vorinstalliert ist. Unter Applications finden wir dann auch wieder alles auf Deutsch. Hier unten kann man übrigens auch draufklicken. Ist im Prinzip dasselbe. Oder ich mache einfach Rechtsklick irgendwo hin. Und dann öffnet sich ebenfalls dieses Menü. So, unter Zubehör haben wir diverse Tools und Programme. Unter anderem ein CLI. Also ein Command Line Interface Editor. Direkt von Bunsen Labs. Was quasi Nano ist, wenn man das hier sieht. Ja, also Nano hat er als Standardprogramm, als CLI-Tool. Genauso wie den File Manager. Das könnte jetzt zum Beispiel Ranger sein. Ach nein, da hat er dann direkt Tuner genommen. Hat das quasi nur verlinkt. Dann Texteditor, es ist Genie. Das hatten wir gerade gehabt. Und dann halt so ein paar Tools, die man so aus anderen Distributionen auch kennt. Massenumbenennung, Dateisuche. Clip-It ist quasi so ein, ja, ein Clipboard-Verwalter, wo ich dann alles, also wo ich alle Sachen, die, was ich so kopiert habe, kann ich dann verwalten. So, Compton ist quasi der Compositor, der dann dafür sorgt, dass man hier auch Transparenzen und solche Sachen anzeigen kann. Ja, und dann halt LibreOffice ist mit drauf. Ich nehme mal eine etwas ältere Version. Sieht zumindest danach aus. Hier hat er jetzt das schöne Dark-Design jetzt gar nicht so sehr angenommen. So, About. Das ist die Version 6, ne. Das ist also eine etwas ältere Version. Aber auch okay. Und es ist, so wie es aussieht, nur Spreadsheet und Documents installiert. Also, also quasi was, sowas wie Word und Excel ist, ja. Word und Excel ist drauf, aber alles andere muss noch nachinstalliert werden. Okay. Ist halt sehr sparsam, ne. Nur das Notwendigste dann installiert. Das ist auch sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. So, hier kann ich dann Lite-DM zum Beispiel konfigurieren, wenn ich das möchte. Lite-DM ist unser, ja, der Start, das Startbildschirm im Prinzip. So, hier haben wir dann das Theme von unserem Startbildschirm. Und da gibt es hier noch unzählige, die man dann einfach mal ausprobieren kann. Kann ich sehr empfehlen, da einfach ein bisschen rumzuspielen. Eben so dieses Hintergrundbild und, ja, Benutzerbild quasi. Und mehr ist es dann im Prinzip auch nicht. So, Nitrogen, das ist für unser Hintergrundbild das Programm. Und dann haben wir noch hier X-Terminal-Emulator und ein normales Terminal. Und ein Brennprogramm, ne. XF-Burn hier unten, Brennprogramm. So, Entwicklung, da haben wir halt wieder Nano. Den Texteditor ist Genie. Und halt Genie nochmal, ne. Also wenn ich hier auf Texteditor einfach gehe, öffnet sich im Prinzip Genie. Das haben wir ja hier gehabt, ne. Genie 133. Und wenn ich hier einfach Genie öffne, öffnet sich ebenfalls Genie. Also es ist einfach nur verlinkt. Das ist also kein eigenständiges Programm, sondern es ist halt einfach nur mit diesem Namen verlinkt. Gut, so Grafik, da haben wir einen normalen Image-Viewer, einen Dokumentenbetrachter. Also es wird wahrscheinlich auch Resetto sein. Hier BL-Image-Viewer ist Resetto. Dann Multimedia. Da haben wir Media Player. VLC ist das. Da steht auch Bunsenlabs Media Player. Aber es ist halt einfach nur VLC. PN-Mixer. Ich nehme an, das könnte trotzdem ein ganz normaler Puls-Audio-Mixer sein. Folgende Tastaturkürze konnten nicht belegt werden. Stumm, lauter, leiser. Okay, hier gibt es wahrscheinlich einen Konfigurationsfehler. Er kann irgendwas nicht setzen. Und deswegen macht er das nicht. Aber dafür gibt es ja dann noch Puls-Audio. Und das wäre dann hier. So, dann haben wir hier auch nochmal XF-Burn. Ah ja, das ist der VLC-Media Player, der sich jetzt nach langem dann doch geöffnet hat. So, dann im Internet. Da haben wir die Netzwerkkonfiguration. FileZilla ist drauf. Was ich ein bisschen komisch finde, dass FileZilla auf einer Maschine drauf ist, die sehr auf Sparsamkeit, auf Datensparsamkeit legt. Und FileZilla wird ja jetzt nicht im Allgemeinen so häufig benutzt. Es sei denn, man nutzt das Ganze. Man ist selber Web-Administrator zum Beispiel. Und möchte auf einen entfernten Web-Server drauf zugreifen, um dort Daten hochzuladen. Ja, ansonsten ist FileZilla ein ziemlich schönes Programm. Aber nichts, was man jetzt so außerhalb dieser einen Notwendigkeit dann eigentlich nutzt. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist, dass man das hier drauf hat. So, Firefox. Ich nehme mal an, Version 91 ESR. So, Firefox ist hier auf Englisch wieder. Das kann man aber ändern. Dazu einfach hier auf, ne, bei About Firefox schauen wir erstmal, was wir hier für eine Version haben. Jawohl, 91.10 ESR. Kann sein, dass sich das bald ändert, denn die neue Extended Support Release Version von Firefox steht schon in den Startlöchern. Das wird voraussichtlich die Version 101 oder 102 werden. Die ist recht ja aktuell. So, dann einfach hier auf Settings, dann einfach lang eingeben, lang wie kurz. Und dann haben wir hier die Sprachen und dann kann man hier einfach die Sprache dann hinzufügen. In dem Falle Deutsch. Gut, GER machen wir dann. German. Add. Und dann OK. Der hat das gerade schon übersetzt. Das ist also schon fertig. Brauche ich nichts mehr machen. Ja, jetzt ist das Menü auch schon übersetzt. Und wenn mir das hier oben alles auch zu viel ist, kann ich diese obere Leiste auch entfernen. Das finde ich beim Firefox immer sehr, sehr schön. Dazu einfach auf weitere Werkzeuge und dann Symbolleiste anpassen. Und dann kann ich hier unten Titelleiste, den Haken raus machen. Dann verschwindet hier oben diese Leiste. Achtung. Und zack. So, jetzt ist die weg. Quasi jetzt habe ich hier oben mehr Platz. Und das Schließen, Minimieren, Maximieren befindet sich jetzt hier auf der rechten Seite. Und so hat man dann wieder ein bisschen mehr Platz. Und nicht so viele Leisten hier irgendwas, was Fensterdekoration ist. So nutze ich das immer gerne. Gut, machen wir weiter. Was haben wir unter Internet noch? Es gibt ein Hex-Chat-Programm. So habe ich dann hier die Möglichkeit, mich in die IRC-Server einzuloggen. In die IRC-Chat. IRC habe ich jetzt nicht. Aber ich habe ein Matrix-Space. Und unten in der Videobeschreibung, der erste Link oben, da findest du den Link direkt zum Matrix-Space. Dort habe ich übrigens auch die Empfehlung gekriegt, mal Bunsenlabs auszuprobieren und mal zu reviewen. Und falls du ein Betriebssystem irgendwo findest, was ich mir unbedingt mal anschauen soll, dann komm einfach direkt in so ein Typ im Internet, Matrix-Space. Und dort kannst du dann mit an den Unterhaltungen teilnehmen, Hilfestellung geben oder eben auch um Hilfe bitten. Gut, dann machen wir weiter. So, dann ein E-Mail-Programm. Was haben wir da? Keine Anwendung ausgewählt. Das heißt, es ist kein E-Mail-Programm installiert, sondern hier wird dann einfach ein E-Mail-Programm dann ja angeheftet, sobald ich eins habe. Das könnte zum Beispiel Geary sein, wenn ich das möchte, oder eben Thunderbird, das war es auch ein sehr schöner, was wirklich ein sehr, sehr schönes Mail-Programm ist. So, ansonsten haben wir noch Transmission, das ist ein Torrent-Programm, das ist sehr, sehr wichtig, um Open-Source, freie und Open-Source ISOs, gerade ziemlich größere Dateien, herunterzuladen. So, hier haben wir es auch schon, jawohl, herunterzuladen, um einfach auch die Spiegelserver der jeweiligen Entwickler zu entlasten und somit damit dann bei den Entwicklern auch keine unnötigen Kosten, Mehrkosten entstehen. Weil es ist tatsächlich so, bei diesen, viele Entwickler sind ja in so einem Verbund mit drin, wo sie dann auch kostenfreie Server zwar bekommen, aber sie haben dann immer nur ein gewisses Freikontingent an Traffic. Und umso mehr dann auf eine große Datei zugreifen, um die herunterzuladen, dann entsteht eine ganze Menge Traffic und dieser Traffic, der muss dann extra bezahlt werden, was viele Organisationen einfach durch Spenden ausgleichen. Aber man kann ja das selber dann als Nutzer, wenn man selber einfach zum Beispiel mal nur ein paar Sachen ausprobieren möchte, brauche ich ja die ISO dann nicht von den Spiegelservern herunterladen, sondern ich nehme einfach Transmission, denn, ja, oder die Torrent, die jeweiligen Torrent-Dateien, Torrent-Downloader und lade mir alles als Torrent runter. Ich finde, das ist wichtig, das Ganze nochmal zu erwähnen. Gut, dann weiter, Internet-Navigator, das ist dann bei Firefox, nehme ich an, der dahinter verlinkt ist, jawohl, haben wir den Firefox und dann haben wir den X-Web-Browser, da bin ich mal gespannt, was ein X-Web-Browser, okay, das ist also auch ganz normal Firefox. Gut, Büroanwendung haben wir, ja, einmal LibreOffice, LibreOffice, Calc und Writer, also quasi Excel und Word. Und dann gibt es noch die Einstellungen, da hatten wir zum Beispiel A-Render für die Einstellung der Auflösung und dann gibt es halt noch die üblichen Sachen, die man eben so hat, zum Beispiel Openbox-Konfiguration, da kann man dann zum Beispiel auch das Design, das Theme verändern, das machen wir gleich mal noch, gucken wir gleich mal noch rein, was wir so Schönes haben. Und im Prinzip war es das Ganze auch schon, dann gibt es hier noch ein paar System-Sachen, Hardtop ist gleich mit vorinstalliert, das ist sehr schön, dann können wir nämlich auch schauen, wie es denn so systemseitig hier aussieht, wie hoch der Verbrauch gerade ist und der ist halt weit unter 1 GB, das ist wirklich unglaublich sparsam und das liegt eben an diesem wunderbaren Openbox-Window-Manager und es gibt noch eine Synaptik-Paketverwaltung, wenn ich das dann haben möchte. So, Tint 2 ist so hier unten im Prinzip die Leiste verwalten und dann möchte ich diesen letzten Desktop entfernen, so und dann habe ich jetzt hier nur eine Leiste, ich kann hier also auch mehrere Desktops aneinander hängen quasi, sehr sehr cool. Und wir gehen jetzt einfach mal hier in Appearance rein und dann schauen wir mal an, wie wir hier das ganze System mal ein bisschen designen können. So, Altweiter, das ist so dieses Standard oder Altweiter Dark, das ist jetzt dieser neue, ich sag mal Gnome-Standard, GTK3-Standard, ist gar nicht so schlecht, ist ziemlich hübsch geworden, muss man sagen, da sind die Button, so ein bisschen rundlich sehen die aus, so ein bisschen haben so einen leichten 3D-Effekt auch. Ja, so BL-Fever Room, wow, das ist ziemlich braun, muss ich ganz ehrlich sagen und überhaupt nicht mein Fall. So, ja, das hatten wir gerade, BL-Lithium, das ist ein sehr 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 schönes Design, mit diesem leichten, ja, dunkelblau und bläulich. Das Ganze gibt es dann in Hell, das hat dann so dieses, so ein altes Windows 95 Grau quasi. Dann gibt es noch Beam, das erinnert mich so ein bisschen an die alte KDE-Zeit, so das Ganze nochmal hochauflösend. Dann Bunsen Blackish Remix, das ist dann wirklich absolut farblos, so wie es aussieht. Auch hier so leichte 3D-Effekte in den Buttons. Dann Bunsen HE, ist quasi dasselbe nochmal in Hell und das Ganze hier nochmal in Flat, also ohne diese 3D-Effekte oder diese 3D-Rundungen. Krokos Remix ist ein ziemlich dunkles Blau, das wäre mir wahrscheinlich dann schon zu dunkel. Ich liebe dunkel, aber das ist mir dann wahrscheinlich ein bisschen zu dark. Rainforest ist ein schönes, angenehmes Grün. Auch hier, das erinnert mich so ein bisschen an Windows 95 oder Windows 98. Das ist irgendwie sehr altbacken. So, Raleigh ist quasi so ein Windows 95, 98 Klon quasi. Da wird das Design von Windows 95 ein bisschen nachgeahmt. Softwave ist auch was Schönes. Auch das erinnert mich an das alte KDE. Und dann gibt es noch Yeti und Yeti Light oder Yeti Lithium. Gut, wir bleiben hier aber bei Lithium. Das gefällt mir am besten. Wie du sicherlich gesehen hast, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Raleigh gehe, dann bleibt hier oben die Fensterdekoration immer noch die alte. Ja, wenn ich das also auch ändern möchte, wir können das jetzt einfach mal machen. Ich gehe jetzt mal auf, was hatten wir? Fever Room zum Beispiel. Wir gehen einfach mal hier auf das Braune. Und dann können wir mit Sicherheit hier irgendwo die Farbe ebenfalls anpassen. Und zwar hier direkt bei Openbox, im Openbox Einstellungsmanager. Hier kann ich dann quasi die Fensterdekoration ebenfalls dann anpassen. Und ja, BL Lithium ist ja der Standard, den wir haben. Und da kann ich zum Beispiel hier einfach ändern auf Fever Room, wenn ich das dann haben möchte. Das können wir ja jetzt einfach mal so lassen. Und dann sehen wir hier oben, passt dann auch die Leiste ein bisschen besser in dieses, ja, eigentlich völlig ekelhafte Braune. So, jetzt haben wir hier wieder auf normal auf Lithium. Und hier ist das jetzt auch braun. Das passt natürlich dann wieder überhaupt nicht. Also gehe ich hier wieder auf BL Lithium und dann passt das auch wieder. Hier kann ich auch neue Themes dann installieren. Wenn ich das dann möchte. Und dann auch hier nochmal ganz detailliert das Ganze irgendwie einstellen mit den Rändern und dem Dock. Gut, aber das soll erstmal hier soweit reichen. Sollen wir mal hier Erscheinungsbild. Ja, wir lassen das jetzt einfach. Also ich finde dieses so schön, wie es ist. So, was mir jetzt noch aufgefallen ist, hier gibt es das D-Menü. Das heißt, das D-Menü, das wird ja in der Regel immer mit einer Tastenkombination aufgerufen. Und das ist hier in dem Fall Alt F3. Einfach Alt F3 drücken und dann öffnet sich hier oben D-Menü. Und dann kann man hier im Prinzip auch die ganzen Sachen, die man dann haben möchte, darüber aufrufen. Ja, das geht einfach auch. Auch hier sehen wir ja an der Seite diese Shortcuts, die man dann so benutzen kann. Hier gibt es zum Beispiel Super und Tab. Also Super ist quasi die Windows-Taste. Super, Tab. Okay, das machen wir nochmal anders. Dann mache ich mal das D-Menü raus. Und dann Super, Tab. Und dann habe ich hier, kann ich dann verschiedene Desktops einfach noch immer weiter hinzufügen. Dann kann ich mehrere Desktops haben und diese dann entsprechend wechseln. Und mit Super-Tab kann ich dann wahrscheinlich dann zwischen diesen Fenstern hin und her wechseln. Mit Super-T öffnet sich quasi ein Terminal. Und ja, mit Super-W dann ein Browser. Da wird sich jetzt der Firefox öffnen. Genau, das funktioniert auch. Super-E. Mal sehen, welcher Text-Editor sich öffnet. Okay, das ist dann Genie, der sich öffnet. Sehr gut. VLC würde sich mit Super-M öffnen. Dann der Task-Manager mit Super und H. Okay. Das ist ja interessant. Das ist gar nicht der klassische Task-Manager. Das ist halt H-Top, was sich dann öffnet. Auch sehr interessant. Sehr gut. Mit Super-L kann ich den Bildschirm sperren. Das hat er jetzt gemacht. Dann kann ich mich hier wieder einloggen. Und dann bin ich wieder drin. Und mit Super-X kann ich mich dann einfach ausloggen und Print-Screen. Also das ist einfach Drucken. Die Druckentaste kann ich einen Screenshot von dem Bild machen. Und ja, das ist im Prinzip Konki. Und wir können mal schauen, ob wir noch mehr Sachen haben. Wenn ich jetzt hier einfach mal nach Konki suche, dann gehe ich hier einfach mal auf BL-Konki-Manager. Und dann haben wir hier unsere Konkis quasi. Und dann kann man das Ganze hier einfach mal ein bisschen rumschauen. Ich mache mal Apply. Okay. Das ist auch sehr dezent, sehr angenehm. Gefällt mir. Apply. Da haben wir hier in der Mitte so einen komischen Button. Okay, wenn man das braucht. Default. Apply. Das ist dann dieser. Das ist der Standard quasi. Ein Kalender. Jetzt kann man das wahrscheinlich auch kombinieren. Ja, okay. Aber man muss die Position dann entsprechend noch ändern. So, wir machen mal weiter. Ellipsis. Time. Aha, da haben wir die Uhrzeit hier in der Mitte. Mit Datum. So, Fever Room. Das war irgendwas Braunes. Okay, das ist im Prinzip dasselbe halt in Braun. So, dann haben wir noch Helium. Das ist dann einfach nur die Farbe, die sich dann ein bisschen ändert. Lithium. Lua Konki. Oh, das ist schon sehr interessant. Das ist ein bisschen umfangreicher. Das finde ich sehr schön. Das würde ich jetzt zum Beispiel nehmen. Es sieht sehr, sehr toll aus. Sehr, sehr toll. Dann gibt es noch Top Konki. Dann hat man das Ganze dann so die wichtigsten Informationen. Speicherplatz, RAM-Verbrauch und so weiter. Hier oben dann. Das Ganze gibt es dann wahrscheinlich noch in der anderen Farbe für das Thema Yeti. Genau. Und hier unten haben wir noch ein Classic Konki. Das wäre dann mit Grau. Und das ist wahrscheinlich, haut da die Farbe nicht so ganz hin. Und deswegen machen wir hier wieder einfach Konki-Conf, was quasi die aktuelle Konki-Datei ist. Und das ist dann halt dieses Blau. Sehr, sehr cool. Das sind die vorgegebenen Konkis. Und kill any running Konkis. Nö, brauchen wir nicht. Konkis kann man natürlich dann diese vorgefertigten Konki-Files dann auch herunterladen im Internet. Da gibt es dann unzählige tolle Designs. So, dann das Menü selber gefällt mir ja jetzt alles nicht so halb Deutsch, halb Englisch. Und dann sind da ein paar Sachen drin, die sind doppelt und dreifach und zehnfach. Auch hier gibt es eine Lösung. Es gibt hier eine Einstellung, wo ich dieses Menü einstellen kann und bearbeiten kann. Und zwar hier unter JG-Menü. Und hier kann ich dann entsprechend die ganzen Sachen einstellen. Hier gibt es dann die Menü-Einstellungen. So kann ich dann auswählen, wie es farblich aussehen soll. Also dieses ganze Kontextmenü quasi, dieses Rechtsklick, dieses Menü hier, das kann ich jetzt hier komplett einstellen. Inklusive Farbe, Größe, Schriftart und so weiter und so fort. Wenn ich das dann verändern möchte und anpassen möchte. Und dann gibt es noch hier dann das Menü-Content, nennt sich das dann. Und das ist dann ebenfalls eine Textdatei, wo ich hier drinnen mich dann vollständig austoben kann, um den Content, also den Inhalt dieses Menüs entsprechend anzupassen. Gut, das ging jetzt aber zu weit. Das machen wir jetzt nicht. Da müsste ich mich auch viel länger noch mit befassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, also. So der Standard-Kernel, der hier installiert ist, ist der Kerne 4.19. Der ist ziemlich, ja, alt schon. Wir wollen mal schauen unter kerne.org, wie denn der aktuelle Kerne ist. Wir sind aktuell bei 5.18 und 4.19 wäre dann hier ein, ja, ziemlich älterer Long-Term-Support. Warum ist der Kerne so alt? Das hat zwei Gründe. Einerseits basiert ja das gesamte System auf Debian. Und Debian ist eben bekannt für seine Stabilität und eben nicht für seine neueste Software. Das ist dann eben auch ganz, ganz wichtig. Und zum Zweiten ist BunsenLab auch dafür gedacht, auf älteren Geräten genutzt zu werden. Und das funktioniert mit diesen älteren Kernen einfach ein bisschen besser und zuverlässiger und stabiler. Nur so kann man dann auch sicher sein, dass die Software, die hier vorinstalliert ist oder die man dann hier installiert, auch wirklich sicher und zuverlässig funktioniert. Und das macht BunsenLab tatsächlich auch sehr attraktiv. Nicht nur für Einsteiger, die in ein einfaches Fenstermanagement-System einsteigen wollen, wie hier in dem Falle Openbox. Sondern auch für Entwickler, die eben nicht diesen ganzen grafischen Schnickschnack brauchen, sondern sich wirklich auf ihre Arbeit konzentrieren möchten und ein sparsames System benötigen, um ihre Arbeiten zu erledigen. Und ich finde, Openbox, da kann man sich schon auch ein bisschen verlieben als einer der wenigen sogenannten Floating-Window-Manager, wo man dann halt die Fenster immer floaten sozusagen, also hier hin und her verschiebbar sind. Was ja bei einem sogenannten Tiling-Window-Manager nicht der Fall ist. Dort sind ja die Fenster entsprechend, die werden ja dann vom Betriebssystem selber dann auch angeordnet oder von dem Manager, von dem Window-Manager direkt angeordnet. Alles in allem ein sehr schönes System. Wenn du auch einen Fenstermanager benutzt, schreib es mal unten in die Kommentare, welcher Fenstermanager das genau ist. Nutzt du vielleicht auch Openbox oder vielleicht Awesome-Window-Manager oder Herbstluft-WM oder sogar Red Poison, wenn du weißt, was das ist, oder einen anderen, lass es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Und falls du ein bisschen mehr Erfahrung teilen möchtest, auch mit uns oder auch sammeln möchtest, dann komm einfach direkt in den, so ein Typ im Internet Matrix Space. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Sonntag, bis zum nächsten Mal, aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.